... sich vorlaufen zu lassen, ist ein gepflegter Kampf. Stimmt? Hehehehe Na? Mordor? Wo bleibt dein Bruder? Was seid ihr wieder alle? Halt die Fresse! Diese Einheit ist... Ah, da hüpft einer. Wir werden schneller, wenn man auf die Strasse schauen würde, statt auf meinen... Ja, ja. Cool. Ach, die ist auch hier. Ah, merci! Sie gehen voran und ich folge mir. Redest du jetzt mit mir? Was gibt's heute Gutes? Ne. Die kann nicht mehr reden. Die kann nix mehr reden. Dem Nächsten, der mich vögeln will, verpasse ich einen Tritt dahin, wo es weh tut, wenn du verstehst. Gib mal ein Beispiel bei... bei dem da. Diese Einheit ist bereit für den Gutes. Verdammt! Ich wollte so gerne echtes Blut vergießen. Ja, nimm den da! Ah, Piper. Kannst du was für dich tun? Du musst es nur sagen. Diese Einheit steht zu Diensten. Das ist schon recht. Achibu! Heiser. Diese Einheit ist bereit für den Dienst. Super. Ehrlich gesagt, muss ich nochmal weg. Bis später. Versteht ich! Braust du was? Ähm, ne von dir nicht. Diese Einheit ist bereit für den Dienst. Ja. Dann kommen's mal. Mr. Herr Norby. Komm, wir brechen auf. Verstanden. Halt die Augen offen. Du musst immer wachsam bleiben. Okay. Ich fürchte, ich kann keine nützlichen Daten aus diesen Robotern extrahieren, Ma'am. Wer hat das gesagt? Ah, Ada. Schöner Tag. Wo geht's hin? Könnt die da an die Arbeit gehen? Ich habe mich entschieden. Suchen wir den Roboter, guck von hinten. Ich hätte nichts mehr, eine kleine Verbesserung. Herr Erlöser, wohin wollen wir? Sag an. Gib einen Hinweis. Aufgepasst. Bestätige. Ich muss dich mal was fragen. Erwarte Anweisungen. Äh, wohin gehen wir? Hm. Ich würde gerne die Persönlichkeits-Subroutine aktivieren. Fehler. Befehl nicht erkannt. Schon gemacht. Okay. Sonst nichts weiter. Zur Kenntnis genommen. Ähm. Dann geht's los. Dann wollen wir irgendwas auswählen. Ja, ich weiss, ich weiss, ich weiss. Wuuu. Ich mach die Augen zu. Summer. Schreie.